Kati geht jetzt dahin, sehr gut. Wer hat eigentlich noch? Arzt, drei, zwei, eins. Wow! Guck mal her. Behandle mal die Kati. Ingo ist noch hier am Dingsen. Das ist gut. Ich glaube, das wird aber weggemacht. Dafür machen wir jedes Ding. Das wird dann die Kühlkammer. So Kati, wie geht's? Behandelt, legam. Nur ein Kratzer. Das passt. Nina macht nichts. Warum macht sie nichts? Kann doch wenigstens tragen. Ne, es gibt nichts. Dann gibt's halt nichts. Was ist los? Dach ist eingestürzt. Wo? Hier? Rose? Nee, alles in Ordnung. Ist völlig geheilt. Gut. Die chillen jetzt. Äh, nee, ihr chillt jetzt nicht. Böden. Zack. Hier kommt noch schön... Oh, wir brauchen Holz. Oh mein Gott. Ähm, mein Gott. Ähm, mein Gott. Ähm, mein Gott. Das ist weiter drin. Warum wird das hier... Ähm, mein Gott. So, deswegen... Ah, Sepp kommt mit dem Biber. nachdem hat sehr gut wir brauchen eine neue Gruppe Schuhe noch noch mal hier und hier bauen wir jetzt Eiche Eiche nicht Pappel 31 Tage Kiefer Birke Was? Ameisenbaum? Es ist ein Baum Nur wenig brennen Ne nehmen wir doch die Pappel hier Was? Ist nicht sehr stark Ist das gut? Machen wir erstmal Was? Was? Mh Okay denn nicht Einfache Mahlzeit Machen wir mal 20 Stück Produzier bist du Hast 20 Rose arbeitet fleißig hier drinnen weiter Struktur Wand Stahl Können wir ja hier eingehen Das kann Doch klar Machen wir da Da kommt noch Holz hin Aber sonst wird hier Stahl Wird jetzt lecker essen gekocht? Was ist denn hier los? Natürlich dürfen wir auch Brocken rein Sonst wird Sonst wird Zählen ja gar nicht mehr Sauber Bum Sind die Dinger hier noch? Leuchentier Leichen Nein keine Leichen Wir brauchen eine neue Leichenabdingsstelle Warum? Achso Ja Sollten wir ein bisschen schneller machen Genau Die Lagerstelle wird noch Vergrößert Die Lagerstelle Hier muss auch noch gemacht werden Wo ist Ingo? Ingo Was ist Wo baust du nicht ab? Hm? Hm Geht doch Hm Struktur Nur Stahlwand Das kann dann glaube ich auch weg Gut siehren Da und hin da 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 auch Dann kommt hier noch äh Holz Wand Das kann eigentlich auch eingerissen werden hin Auch eine Stahlwand hin Auch eine Stahlwand hin Mal gucken wo ist denn das Wo hatte ich es denn Da 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 Na 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 ja Vielen Dank.